Hi, Bildozer! Wie geht's dir? Möchtest du mit uns heute die Zahlen lernen? Okay, Bildozer! Lass uns deine erste Zahl lernen! Schiebe einen blauen Würfel in den Laderaum des ersten Migos! Sehr gut, Bildozer! Jetzt lass uns zwei gelbe Würfel in den Laderaum des zweiten Miegels schieben! Gut gemacht, Bildozer! Das sind zwei! Unsere nächste Zahl ist drei! Kannst du drei rote Würfel in den Laderaum des dritten Miegels schieben? Okay, auf geht's! Gute Arbeit, Bildozer! Unsere nächste Nummer ist vier! Grandios! Unsere letzte Nummer ist fünf! Kannst du fünf lilane Würfel in den Laderaum des fünften Miegels schieben? Gut gemacht, Bildozer! Du hast heute viele Zahlen gelernt! Wollen wir sie nochmal durchgehen? Eins, zwei, drei, vier, fünf! Bis bald, meine Freunde!